es ist nicht so leicht ja wir werden es doch noch packe ja ja oh mein gott das war ja auch frei okay das war das härteste rätsel im ganzen leben das ich gelöst habe ich jetzt also das war ich wusste ja guten tag ihr leid so still hier wir spiele witness wenn man witness auf wischkraft cool ich glaube es gibt es gibt gleich die titel sowas wie spiele luka ich habe die witness nie gespielt das ist ein rätselspiel sowas und ich habe mir gesagt soll sauschwer wäre oder stelle weiß und ich bin ja bekannt dass die brain hier meine geile portal let's place also wie ich das locker fluffig weg machen und deshalb dachte ich mir komm spiel immer die luka das soll vielleicht noch schwerer sind wieder witness deutlich schwerer da muss schon wirklich hirn schmalz haben und deshalb spielen wir das jetzt dann klicken wir jemand zu beginnen so siehst du es loading es loading und es loading habe ich schon erwähnt dass es lade tut so los lade schneller ich wäre schon ganz müde vom laden ah ja siehst du ah ja alles klar ja escape maus das was für sich was können agieren mache ich nicht ich habe mir hier controller belegt so dann gehen wir natürlich noch hinein ist ganz klar man sogar controller mit rennen belegt guck ich kann rennen geil was ist denn das so wie sind überall griffe jetzt haben wir hätte überhaupt auf doch da hinterher drauf jawohl ja sich da geht schon gut los um hier los voll geiles rätsel hier click and track the mouse to draw on the screen on screen ich nehme mir echt mal energie haja geil kann ich gebrauchen am oa jawohl jetzt knall ich euch alle ab ähm was haben wir dann hier rätsel lösen um das save file zu äh ja zu löschen start ende warnung ja klar oder erstes rätsel lösen wir oh fuck ja äh sehr schön leute moment ich starte es einfach wieder wir sind gleich wieder da äh so ähm ne ne der das äh ich hab das rätsel gelöst also ja ich hab jetzt okay dann ja ich ich hoff ich hoffe euch ich geh mal kurz die tastatur zur hand nehmen ja wir sind wieder online okay dann haben wir das erste rätsel haben wir schon mal gleich gelöst sehr gut jetzt dürfen wir uns nochmal den schönen ladebildschirm angucken das ist schlecht so jetzt mal gerade aufgefallen das spiel äh ich glaub das äh hat gar kein ähm deutsche untertitel und nix glaub ich weiß aber nicht genau so egal ähm ne ich geh jetzt da da nimm ich noch hin na obwohl munition brauche ich komm her muss man munition holen ab lauf junger iha kannst du auch hupsen hup 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 wahu hup okay alles klar ähm so Ammo nehm ich mir auch noch mit du 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 bleibst wo du bist du du hänsel du hup hup wahu wahu so oha unser erstes rätsel äh nun das war einfach man muss einfach zuerst das ende mit dem stadt verbinden ganz logisch oha es wird schwer ich ich bin da brenn da brenn inski hier und gerade hier portal hier schießen aber ich glaube das ist kein mond gestein mond stein fliegt und sieg sagt das sauber wort du hast die macht all den mond stein fest und spür die kraft ups okay du kannst es tun oh russer russerl 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 ich bin hier ich vielleicht sollte ich wirklich mit maus spielen und mit controller locker vielleicht sollte ich wirklich mit maus spielen für den sieg über dunkelheit über deinen traum richtigkeit du kannst das tun auch seele buch wenn ich das buch was nicht schreiben okay ich kann nichts schreiben das buch ich will aber okay da kann ich nicht schreiben hier schwach rätsel hier der hätte ich natürlich locker hegret ganz klar aber ich bin wohl noch nicht so weit oder hinein gibt es irgendwas zu sehen was haben wir dann hier 100 come in thank you for understanding da hast du jetzt zu tun richtig ok oder ist knapp wie betätigt man knöpfe ok ich kann mir hier schon dingen zu holen hinweis hoha auch irgendwie dass sie ich zumindest ein rätsel oder sowas in der richtung auto aber was kommen her dass die das sieht einfacher ausgabe ich glaube ich mache zuerst dieses rätsel hier endstart um ok alles klar da sind mir bomb mal lieber scholli ich krieg mich nicht mehr in oder ist noch ein rätsel mal her was ist denn das? das war ja wohl astrein gelöst. Junge was willst du von mir? so start kubla khan received an ornate letter signed by marco polo okay in madrid city of lost things no item remains where it was set if one drops his key in the dirt he may never re-enter his home and even if he manages to stoop and recover the key he may rise to find a tulip garden where his house once stood in complimentary fashion things lost by others are forever turning up a pocket watch on a coffee table a fond memory in your recollection i even know of a prince who turned up in a prison cell when he appealed to the guards for his release he failed to find the crown on his head and when he was asked his name he searched his thoughts but could not find it indeed the only hope now for the release of this prince of spain is for you to send back three hundred ducats for his release of course he will reward you handsomely once he is out yours truly marco kubla khan cocked an eyebrow and declared before his court hey everyone looks like we're about to get ripped off by the guy who traded gold for paper the court erupted in booming laughter italo calvino invisible cities two this time it's visible was war das gerade für eine scheiße hier start and start and es ist ja hier es wird immer komplizierter hier wieso geht das nicht beschiss betrug ok ähm ja ich weiß nicht was war das für ein seltsames gelaber das war das für ein seltsames gelaber das da also so unzusammenhängendes plappert zeug sind überhaupt gesinne ergibt irgendwie nun ja sorry aber da hat er so viel und so schnell und so alles gelabert dass ich stolz mit simultan übersetzt habe es ist es war viel geplapper wie komisches zeich so ich würde muss sagen wir verfolgen wir den roten schnur da hinten guckt da ist noch ein rätsel ähm oha jetzt wird es kompliziert jetzt wird es richtig kompliziert ok ich meine ernsthaft müsste doch aber gehen oder ja komm wir fangen hier beim start an gehen da hoch da rüber und dann da runter ha 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 yeah da brain junge bin ich gut ja du hast ja nicht gestanden ach schee ach das gefällt mir jetzt aber so uha ja komm jetzt machen wir das hier mal richtig ähm ach 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 oh oh wo geht der hier geht doch nirber was ist denn das da ok oh da ist noch äh äh lava lava den können wir ja jetzt noch ein bissl gelabern diesmal tun wir aber noch dabei was machen ne grad end Was laberst du jetzt schon für einen Scheiße? Boah, super. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ja. Ich weiß doch was. Ich mag Wahoo! Okay, irgendwie komme ich da oben nicht weiter. Haben wir noch irgendwie Rätsel oder so? Was war denn das jetzt aber halt? Pseudotiefe Gedanken und dann, oh, guck mal da. Das ist bestimmt das eine da, mit dem da verbinden. Nein, es geht gar nicht, schade. Kann ich nicht irgendwie so rumkritzeln, nur auf der weißen Fläche. So. Oh, 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 oh. Wow, eine Weile. Du hast es doch nicht mehr, oder? Halt, warte mal. Das sieht doch hier ganz einfach aus. Und dann, unten geht es nicht. Es ist super, du kommst hier gar nicht weiter. Ah, du kannst ja nach oben gehen. Also ich meine, wenn du da nach rechts geh, ich halt, es geht nicht. Geh mal da nach oben, da durch gewaschtelst, dann da durch, dann da durch, dann da durch, da runter, da. Wo hängst du schon wieder drin? Ich mach wieder hier Trick 17. Also ich meine, ihr seht das hier, Leute. Ah, fuck. So. Äh. Jaaa. Ich hoffe, dass es geht. Ne. Okay. Ne, 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 noch immer machen. Ja, ich kenne natürlich, wenn ich einfach eine Maus benutze, will ich aber nicht. Junge. Aber hier komme ich halt so langsam an meine Grenzen. Nein. Ja. Ja. Ha. So. Jawoll. Mal, hier kriegt's. So, und es geht doch nimmer. Ah, ja, du hast noch eins. Okay. Moment, ich tue jetzt mal Maus abschließe, das geht ja hier so nicht weiter. Einen Moment. Ist doch ihr leid. Guck euch das. Asch rein. Jetzt huck ich hier wie so ein Uhrmensch mit Maus in der Hand. Und, ey, ich guck mal wirklich vor, wie so, wie so, als ob's mit Maus besser geht. Will ich genauso scheiße, wie man sieht. Ja, so. Hä? Äh, echt jetzt? Ich kann gerade der Strich holen. Ja. Alter. Hey, ihr leid. Sieht ihr jetzt, warum ich immer mit Controller spiele? Weil ich mit Maus genauso scheiße bin. Eieiei, was war denn das gerade? Das lag bestimmt an der Maus. Die war schief, ne? Yes, 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 nein. Okay. Äh. Äh. Ja, das geht glaube ich nicht, oder? Ich spiele jetzt wieder mit Controller. Hoppla. Zack. Ne, das... Ah. Hm, ne, das ging nicht. Oh, was ist das da oben eigentlich? Hallo? Ah, da waren wir schon. Da sind wir rauskommen, glaube ich, oder? Ah. Wieso ist das denn? Nein. Äh. 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 Ah. Warte, 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 warte. Moment. Ich kann da mal... Okay, Moment. Das heißt, ich kann ja... Nein, 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 nein. Okay, da ist wieder Mauspräzision gefragt hier. Okay, das heißt, ich kann ja... Nein, komm her. Nicht so schnell. So. Ey. Ah, der kann ja nicht immer Maus bedienen. Halte, Eier, Gursch. Das ist nicht so einfach. Ne, also End schafft jetzt. Das ist wirklich nicht einfach. End. Start. Ah, ich muss wahrscheinlich schon Start. Ja, 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 ja. Start. Ja. Okay, vielleicht muss ich aber auch von Ende zu Ende jetzt... Hey, warte, warte, warte. Ach, ich will ja... So, das war das nicht gut. Warum war das so nicht gut? Okay, da kriege ich nicht hin. Bin ich zu dumm für. Ähm... Hier haben wir noch einen Haufen. Bin ich zu dumm für das Rätsel. Macht nichts. Vielleicht geht es so ja gar nicht weiter. Vielleicht ist es ja hier nur Tarnung, weißt du? Äh, jetzt komm, geh weg, du. Du, äh, Poste. Äh, hab ich doch schon. Achso, ja, hab ich schon. Hab ich alles schon gemacht. Hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Das ist doch auch relativ kleines Gebiet hier. Das muss man doch locker hinkriegen. Ja. Ähm... Waren wir da drunter? Komm mal da her. Ja, 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 da komm ich mal her. Okay, ich hab gemeint, wir kommen von der, von der Stufe durch. Äh... Gibt es hier irgendwie... Ah ja, da guck. Da ist... Das geht alles an so ein gewichteter Begleiter-Kubus. Watt. Moment. Gibt es hier Start und ein Ziel? Weißt du, so? Aber vielleicht schreibe ich Start oder so? Nein, da geht gar nichts. Oder so ein Buch. Ein Buch kannst du aber auch nicht schreiben hier. Alles seltsam. Äh, Schild. Oben ist irgendwas. Ein Solarzellen-Dach. Ähm. So. So. Da hinten dran war ich jetzt aber noch nicht. Leider Wutzefälle. Äh, Kuhfälle. Wutzefälle, ja. Ne, das ist Kuhfälle. Äh, Kuhfälle. Oh. Was? So. Mach mal mal, oder? Komm her. Kann ich gar nicht mohle? Geh mal, geh mal. Schau mich an mich. Was? Ja, deshalb bist du wahrscheinlich weggeschmissen. Warum leiten du eine Zigarette? Hat er gesoffen, oder was? Hat der Hinweisbutton? Der hat gesoffen und geracht. Ey, Alter. Kann ich einfach durchgehen, oder? Nein, schade. Das müsste ich eigentlich so gebärfelt werden, weißt du. Ähm. So, ja, ja, ich guck gleich hinten auf die Wutzefälle. Na, ich will jetzt mal den Button du benutzen. Oh, was ist das? Ja, aber. Da ist doch schon ein roter Knopf. Und das ist eh voll. Äh, voll, voll. Uh, da kann man hingehen, guck mal. Ah, ja. Man gebe mir eine Maus. Oh, hier. Okay. So. Montergleit Pimmelschehi, Junge. Okay, was ist denn hier los? Geh weg. Mausteier verschwindet. Achso. Na. Äh, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, jetzt halt. Wieso ist das in der Mausteier jetzt nicht weg? Willst du jetzt überall hinmohlen? Äh. Äh, ja. Okay, jetzt ist doch immer so ein Bleistift. Ich glaube, wir haben gerade Back gefunden. Komm, jetzt gehen wir mal hin, malen mal hier hin. So. Ja, mal doch. Du kannst es tun. Ich glaube, du sollst mir ein Hinweis geben. Und nicht so schieße laden. Ja, ich werde dir sagen. Ja, weiter versuchen. Echt jetzt? Ja, es gibt einen Trick zu tun, aber du hast es. Ja, vielleicht... Äh... Du kannst es nicht tun. Vielleicht bist du weich. Vielleicht bist du dumm. Du solltest verabschieden sein, aber du schaust zurück, wie ein Mühlenkopf in meinen Schäfungsbecken. Pathetisch. Du kannst es tun. Äh... Was machen wir denn mit dem... Nicht du weitermal? Nein. Das ist schlecht, dass du... Einfach... Okay, das ist so... Ne? Du musst doch irgendwas machen. Da kann ich nicht drauf vorm Kritzeln. Neue Dingelagung. Hm... Ich wüsste nicht, ob man noch ein anderer Knopf drücken kann für irgendwas. Ich kann hier halt rennen, ne? Äh... Ich komm doch nicht mal durch. Wann bin ich so dick oder was? So... Ich kann ja Hupsen. Stimmt. Ne. Äh... Aber da waren wir doch schon. Das hängt doch fest hier. Okay. Aufpassen hier, Leid. Wann ich jetzt einfach... So, so mohl wie vorhin? Das ist doch A-Gang, oder? Guck. Ah ja, stimmt. Da hinten waren wir noch gar nicht, gell? Na ja, mal gucken da. Ah doch, da waren wir schon. So. 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 Da ist, da ist... Haben wir denn das schon? Ja, den här war schon, den här war schon. Ja, den här war schon. Den här war schon. Den här war schon. Den här war schon. Ja, den här war schon. On und on. On und on. Searching for... ...the gold. ...neverfinding. A better deal than zero percent APR on certified pre-owned vehicles. For trucks tougher than a drunk Marine come to Mike's Pre-Owned, where we do the things that get things done. so steht ende aha aha also ich tue mal wieder meine mauschen immer also kompliziert ihr leid ach Gott jetzt bin ich richtig stolz auf mich ist es so schlimm ich bin gerade noch richtig so also muss ich jetzt wirklich okay okay dann probiere ich das halt so ne da komm ich schon mal nicht durch also würde ich sagen ich fange da an dann gehe ich da hoch so dann da geht es nicht weiter also fangen wir mal an der Stelle machen wir das so wie wir das früher immer gemacht haben wir fangen hin also jetzt nur so zum testen aha okay war jetzt hat man schafft jetzt obama das sicher doch jetzt schon los hast du gar hier platzt die soll dann das gehe junge wo war das glaube ich bin echt jetzt kommen schon nur in die nähe das scheiß ding nicht mit das scheiß das ding ne das ist das das sei mal so rum wackelt ach dumm so sorry leid ich habe gerade ganz beshuschte gemisst und weil ich so konzentriert war ein moment das machen so leid anstatt im auspett ich habe das so so zum auspett so ist kein glas ist plastik aber so durchsichtig so irgendwie in rau und sowas und ich glaube dass das ja irgendwie gerade mit meiner maus spinnt weil ich das auf dem b hat das maus wenn ich sitze ich sitze auf der couch und spiele am fernseher ich habe mir jetzt komik geholt im hardcover wo halt was ist das konkurren der dschungel von man hätten ach die konkurrenz empfehle darum ja ja ist es okay ich habe jetzt der erste zweite habe ich da muss ich noch leise handel davon dass king kong damals der kampf gewonnen hat der guck dass der damals der kampf gewundert und sich jetzt in man hätten ihn genischt hat jetzt mal ohne scheiß es ist gar nicht so leicht wir haben die handel loch ich weiß aber ich will gucken ob es geht alter alter für alle dinge waren die rechts hast du dann automatisch haus bist das möchte ich so raus das ist unglaublich und jetzt bin ich wieder haus oder was okay also warte ich tue jetzt einfach nur hier anfangen so ohne ganz langsam er war schon wieder viel zu knapp und der kante ich gucke du wieso wieso ab gerade so die die zum haus hänge will so es ist ausstrengend ja wenn man hand klebt auf dem comic also auf der ja hier 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 auf dem auf dem deckel im comic es ist nicht so leicht ja wir werden das doch wohl noch packen ja ja oh mein gott hallo schwede das war ja nervaufreibend ok wir sind frei naja so ein bisschen alle schwede das war das herrlichste rätsel in meinem ganzen leben was ich je gelöst habe echt jetzt also das war ich muss mich wieder ja da kann man bescheißen oder da gibt es gar kein ende wie die bescheißen doch wieder oder das soll dann das gehe so ihr leid ja es war ich aber mal hier mein mal mein hirn braucht jetzt ruhe ich muss jetzt ich muss jetzt ein paar bald riefen fressen dass ich wieder beruhigt mein herz wummert so von der aufregung aber jetzt mal ohne scheiß ich bin jetzt voll unter adrenalin menschend am ende scheiß rätsel es ist doch schlimm ach gut ne ach gut ne bin ich nicht ist egal ob ihr leid wenn ihr weiter spannende rätsel haben wollen schalten wir wieder hin wenn man ja das ist ein toller herrschung tschüss